Hallo, willkommen wieder zu meinem Videoclip. Also ich habe heute ganz andere Haare als wie sonst. Also ich habe schon ein bisschen nach außen. Ich hatte eben richtig schöne Haare. Zeigt ihr euch mal. Habt ihr die gesehen? Ich glaube ihr habt ihr die nicht gesehen. Aber ja, ist aber gar nicht so schlimm. Also ich stehe jetzt gerade vor den Blumen. Ich habe jetzt einen Blumen-Shirt. Und das ist halt die Tür, da wo die Küche ist. Ich filme gerade mit einem Handy von meiner Mutter. Ich bekomme eh bald nächstes Jahr ein Handy. Also das ist halt der Spiegel. Hallo. Ja. Das habe ich halt zum Muttertag gemacht. So ganz schön. Das war so Holz. Da mussten wir halt die Nägel da einschlagen in einer Herzform. Wir hatten aber so halt so eine Vorlage. Und dann hatten wir das dann halt mit rotem Stoff. Hatten wir das dann halt auch gemacht. Ja, das ist ein Bild von meinen Eltern. Aber schon vor langer Zeit. Es blendet ein bisschen. Ja, unser Wohnzimmer. Wir haben hier so eine schöne Decke. Das ist eine Job-Decke. Ähm, das ist ein Sonnen-Sieber-Decke, ähm, Kissen. So, wir hatten, haben wir zweimal. Ja, und das ist halt noch mit dem Melde. So. Ja, das ist dann halt mein Haus vom Wohnzimmer. Lichtfaktor ist auch ein bisschen gestört. Ja, dann bis nächstes Mal und auch Tschüss. So war's?